willkommen zurück zu fortnite ja wir spielen mal wieder fortnite wir melden uns direkt an gucken ob es gleich geht server bald vorübergehend offline okay bis dahin können wir noch mal ein bisschen spielen wir sind level 4 ja es ist abends ich dachte ich gehe noch mal ein bisschen ran und noch mal ein bisschen fortnite auf ich habe auch mal bock wieder drauf zu spielen wir sehen gleich was passiert okay das war der pppppppppppppppp ok zack gleich geht's los so oder ist sind wir schon auf dem bus und dann geht es gleich los wo fliegen wir denn am besten hin ok da fliegen wir mal mit nach unten wenn sie das schon markieren okay da ist schon einer gelandet ich habe keine lust gleich abgeschossen zu werden da haben wir ein bisschen was ich weiß zwar nicht was so m war durch für karte genau mal gucken ob wir irgendwas finden ja ich war wusste es doch man soll nicht in der stadt fahren wo sind wir denn am äußersten rand probieren wir mal ins auge zu kommen so 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 kein treffer so 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 ich so ich bin mal so so fast hier ist ich kenne mich auch gar nicht aus was sie alles so gibt so auf jeden fall geht es schon wieder weiter tausend es geht schon los so wir machen jetzt mal ein so fliegen am besten hin auch schon welche hin wir gehen dazu dem haus und gucken was da ist was hier ist jetzt sagt nichts ist gar nichts hier ist echt nichts gar nichts ich hoffe was machen wir jetzt hier dann gehen wir zu dem haus hier gucken ob da was drin ist ein bisschen holz schon mal gesammelt das war schlecht das war sehr schlecht glaube wir sind gleich tot ich glaube wir sind gleich tot so hoffentlich ist ja was hoffentlich ist ja was mach auf da position für die waffe die ich noch nicht besitze wo sind wir denn hier sind wir ok wenn wir mal jetzt einfach mal gucken ob er auf gut glück irgendwas finden hier scheint noch alles ruhig zu sein gucken wir mal ins haus hier scheint noch keiner gewesen zu sein gucken wir mal ins haus hier ist ja was ist das ok jetzt haben wir schon mal eine waffe und wo es weiter geht hier schauen wir mal nach da oben Das sieht ja schon mal gleich besser aus. So, gehen wir jetzt am besten lang, da müssen wir ja hier außen rum, ich weiß nicht ob man schwimmen kann wirklich. So. Tja, haben wir mal einen Faschus abgefeuert, ist okay. So. Okay, nix weiter drin hier. Mal einen Schuss. So, werden wir uns hier mal in der Deckung langschleichen. So. 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 So, hier muss irgendwo der Sniper gewesen sein. So versteckt er sich. Okay, hier ist keiner mehr. Dafür kommen noch Leben haben, leben wir noch ganz schön lange. Bewegen wir uns mal ein bisschen. Wo haben sie sich denn alle versteckt? Okay, zwei Minuten. Okay, der Radius wird kleiner. So, ihr merkt, ich rede ganz wenig, bin ganz konzentriert. Okay. Okay. Können wir es mal auf dem Weg nach da hinten machen. So. Können wir durchs Wasser, können wir durchs Wasser? Jo. Können wir. Achso, hier ist das größte Ende, ne? Warten wir mal. Oh ja. Wo seid ihr? Wo versteckt ihr euch? Wo seid ihr? Gucken wir mal kurz. Das sieht sehr zerfetzt aus, bin ich der Meinung. Jo, das war's für uns. Jo, hat uns besiegt der Sack. Gut, ich sag euch dann auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Fortnite. Tschüss.